Hey ho, wir sind jetzt auf dem Weg hinter mir, seht ihr das Haus, in dem ich gerade lebe. Wir laufen jetzt gerade zum Strand runter, ist ein kleines Stückchen, zeig ich gleich auch die anderen beiden, mit denen ich jetzt unterwegs bin. Ich muss tatsächlich zugeben, ich bin nicht zum ersten Mal hier unten, sondern wenn ihr auf meinem Instagram-Account vorbeikuckt, wenn nicht, dann guckt da mal vorbei. Ah, die Fotos hochgeladen. Ja, ganz gerne auch hingucken, da hinten, Melbourne. Ich habe ein paar Wollchenkanzler, aber die dürft ihr wahrscheinlich nicht sehen. Also sind sie etwas zu weit weg. Und das war's schon. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück. Ich zeige euch noch ganz kurz das Haus, wenn wir gleich wieder zurück sind. Wir haben gerade noch die Sonnenbrille, die ich gerade aufhabe im Wasser gefunden. Beim Schnorcheln war ziemlich geil. Ich habe euch leider keine Aufnahme vom Wasser, weil ich leider keine GoPro oder eine andere Action-Camp habe. Sollte ich mir immer alleine besorgen, ich glaube, das wäre ganz praktisch. Weißt du, was dir jetzt schon aufgefallen ist? Ich probiere aktuell jede Woche zwei Videos zu machen, immer Montag und Freitag. Wir sind aber Montag und Donnerstag, halt, ich glaube, Montag und Donnerstag. Immer Montag und Donnerstag, also ein Video von mir. Und hinter mir seht ihr das Haus, wo ich aktuell wohne, also fast direkt am Strand. Das sind irgendwie zwei Minuten, dann bist du unten am Wasser. Ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Ich glaube, ich mache noch eine kleine Rumtür, aber das kommt natürlich erst zum nächsten Video. Hau rein!